moin leute seid gegrüßt hier wieder zu einem neuen video auf unserem kanal ja genau um dieses dringend soll es jetzt heute gehen da wollen wir heute machen da haben wir überlegt ob wir das mal kaputzen oder ob da Riebens vorkommen wir haben uns dafür entschieden Regels davor zu schrauben das ist relativ schnell dann erledigt das machen wir jetzt in Anschluss dazu hier ansonsten ist derweil der Putz aufgetragen worden unter dem Fenster das wird auch gleich verspachtet und dann sind wir damit auch fertig so weit hier mit Steckdosen wird jetzt eingepäuzt hier kommt nochmal spachtelweise drauf und dann ist es auch safe hier ist das gleiche auf der Seite da sind wir schon die Scheibe wieder da sind wir gegen Regelsdaten da stehen wir gegen Regelsdaten und dann kommt es jetzt hier auf die Gegend erste Scheibe ist da dran wir haben hier zwischendurch noch schnell die Wand gedämmt hier ist noch offen gewesen da hat noch Dammung gefehlt die ich gerade festgestellt habe da ist jetzt auch fertig jetzt wird hier weiter gemacht jetzt kommen hier die nächsten Scheibe wieder rein so Leute weiter gehts die nächsten Leisten sind angemacht das ist jetzt fast so wie man sieht wir haben schon wieder Naturlos eine Filter jetzt noch die muss noch gesetzt werden dann kann es losgehen dann kann es losgehen aber das läuft doch richtig sagt ja ob das richtig läuft weiß ich nicht nö läuft ja jetzt falsch rum so ein Fuscher hier ist am Werk der läuft von oben nach unten Fuscher am Werk na los Fuscher brau ist genau aber sowas von sowas von genau sehr geil wie machst du das schon? ich sag schon ich hab mir YouTube Video gemacht sehr gut sehr gut das ist das Beste was man machen kann hier gehts auch voran sehr gut zwei Platten das nehmen wir dann auch durch oben wieder oben gut gut so siehts aus weitergemacht gut du w ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt müssen wir deswegen extra noch mal los und umtauschen und die neue Tür einbauen und aufbauen dann. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus, oder Thomas? Hast du heute noch? Ja gut, aber was ist denn hier? Das sieht doch phänomenisch aus. Gut, jetzt ausrichten. Wie heißt das eigentlich nochmal, wo die Türen eingehängt werden? Scharniere? Häspen. Was ist das? Was für ein Ding? Häspen oder Bänder. Bänder, nennen wir das Bänder. Bänder kenne ich auch. Türbänder, genau. Türbänder. So sieht das aus, wie sehen die aus. Türbänder, die müssen wir jetzt noch machen. Was ist denn da fabriziert da oben? Das sind aber keine zwei Zentimeter, die du da ablegst. Boah, hier wird alles dreckig, ey. Macht dir Spaß, ne? Alles kaputt machen. Er ist schon leicht genähert. Leicht genähert ist er schon. Aber ist egal, da muss er durch. Das hilft dir immer alles. Wir müssen ja nur mal dokumentieren, wenn wir die Tür hier einbauen, ne? Ja, so gehört das hier aus. Muss unbedingt. Aber sowas, Freunde. Kannst du mir mal sagen, wie ich da durchkommen soll, wenn du da diese scheiße Stütze hast? Ich komm doch noch nie durch. Limbo oder wie heißt das? Ja, ich und meinen dicken Bauch. Ja, du und dein Bauch sollen da durch. Du hast aber auch Ideen. Was machst du da? Fusch? Fisch, er macht wieder Fusch. Er wollte diesen Keil nutzen, um das hier zu fixieren. Ich wusste erst, dass die Tür nicht umfällt. Er erfuscht. Aber ja, dazu haben die Tür. Druck. Druck, 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 Druck. Wir haben ja dann in der nächsten Verdüse. Oh, wirklich, jetzt sind Wingen, wie sich das gehört. Ja, hast du. Weil der Baubeauftragte die vergessen hat, würde ich mal sagen. Ich hab sowas gemacht. Ach so. Wir haben sonst irgendwer vorher geglaubt. Ja. So passt du also auf dein Dex euch auf. Aber ich finde, du warst bestimmt mal bei jemanden auf der Baustelle und sind nie wieder weggekommen. Wer das wohl sein könnte. Bei dem das wohl passiert sein könnte, war mir nicht. Ich habe ja meine eigene hier. Ja, ja, ja. Genau. Ich wusste ja nicht, ich weiß ja nicht, ob ihr schon gewusstet. Ach komm, diskutier nicht. Wir haben schon mal eine Baustelle gemacht. Ja. Schon mal. Das ist schon öfter. Eine von vielen hier. Und nicht die letzte, weißt du doch. So. So, weiter geht's. Ja, Mann. Kontroll. Weil kontrollieren muss eben. Und einer muss das machen. Und... Genau. Einer muss ja immer die Schuld kriegen. Einer kriegt immer die Schuld. Der steht nicht hinter der Kamera. So. Seid froh, dass er vor der Kamera steht. Dritte Wasserwaage hier. Ich... Sieht das cool aus, ja? Sieht das gut aus? Ja, ich würde mal sagen, gut vorbereitet von mir, ne? Pfff. Mann doch. Du aber auch. Ja. Wir schäumen jetzt die Tür ein. Und werden dann die anderen Türen noch vorbereiten. Beziehungsweise da hinterher rund. Seht ihr jetzt schon, da sind schon die nächsten Türen. Oder ist die nächste Tür vorbereitet. Die wird jetzt auch noch gleich eingebaut. Und... Ja. Ich zeig euch mal eben kurz. Die kommt dann nämlich da rein. Hier rein. Und das ist dann der nächste Raum, der dann gleich fertig gemacht wird. Alles Freiräume und so weiter. Und dann sind wir damit auch durch. Hier haben wir schon mal unten was untergelegt. Damit das nicht ganz unten auf dem Boden steht. Damit nehme ich da ein Zentimeter. Das sind jetzt anderthalb, beziehungsweise 12,5 Millimeter Platz. Luft für... Ja, entweder Laminat oder Auslegbare. Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Oder für was wir uns entscheiden. Was hier verlegt werden soll. So, das war's mit diesem Teil. Wieder ein kurzes Update vom Hausprojekt Umbau und renovieren, sanieren. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut die anderen Videos. Ich sag in diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.